Das ist Herr Schumann. Herr Schumann ist seit vielen Jahren Kunde der Evangelischen Bank. Wie er seine Bank heute nutzt, wollen wir uns etwas genauer ansehen. Wieso? Banking verändert sich. Immer mehr Bankgeschäft können wir heute online und am Telefon erledigen. Digitale Angebote und unser Servicetelefon machen es möglich. Aber zurück zu Herrn Schumann. Der hat sich für den Familienurlaub eine Woche freigenommen. Ein passendes Reiseziel ist schnell gefunden und gebucht. Bezahlen möchte Herr Schumann per Online-Überweisung. Auf unserer Website geht das schnell und ist sicher. Sonne, Strand und Entspannen am Meer. Damit wäre Herr Schumann jetzt zufrieden, hätte er nicht seine Bankkarte verloren. Im Urlaub zahlt er ohnehin mit Kreditkarte. Doch seine Bankkarte muss gesperrt und eine neue bestellt werden. Er wählt die 0800 520 604 10. Frau Schulz von unserem Servicetelefon erledigt das, so wie viele andere Kundenanfragen, schnell und unkompliziert. Jetzt kann der Urlaub losgehen. Zurück aus dem Urlaub. Die Schumanns wollen mit dem Auto vom Bahnhof nach Hause fahren. Okay, es war alt. Für die Arbeit braucht der Schumann dringend ein neues. Und weil sein Konto das gerade nicht erlaubt, wendet er sich an seine Bank. Seine Beratungsanfrage leitet Frau Schulz an den richtigen Ansprechpartner weiter. Herrn Meier aus unserem Beraterteam. Der kennt sich super mit PKW-Finanzierungen aus und findet gemeinsam mit Herrn Schumann die beste Lösung. Ob für Serviceaufträge oder Beratungsanfragen. Es gibt viele Wege, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns immer. Probieren Sie es einfach mal aus. Evangelische Bank. Uns verbinden Werte.